In 30 Sekunden sind wir da und ich bin jetzt schon da und ihr seid wieder hier auf Linda. Ich bin der Fördefranz, wir machen weiter mit Medal of Honor. Ja, ich entschuldige mich schon mal ein wenig. Warte, was steht denn da? Führe einen Waffentest durch mit R1. Wams, jawohl, funktioniert. Ja, ich bin etwas heißer, ich war gestern auf einem Konzert und naja, da musste man halt so ein bisschen mitgrölen. Und deswegen heute mit noch rauerer Stimme. Yeah, und wir sind hier mit unseren, was, um einer Hydra-Rakete abzufeuern? R2, na gut. Wams, funktioniert. Waffentests, erfolgreich. Einsatz, sie erreicht, nicht viel gemacht. Ich kann übrigens nicht selbstständig steuern. Ich habe auch, guckt mal her, ich habe keinen Körper, ich bin wirklich nur eine kleine Kamera in diesem Hubschrauber. Okay. Soll ich die jetzt abschießen? Ich muss mal zuhören. Waffen deaktiviert, ich darf nicht. Ist markiert. Okay, er ist alleine. Das ist ein Mörser, oder? Ja, deswegen, lass mich mal schießen. Da, jetzt haben sie einen Mörser. Okay, ready. Waffen sind immer noch deaktiviert. Waldmannsheil. Alles klar, die abknallen, kriege ich hin. Jetzt sei es. Rambo. Lass er nicht abhauen hier. Zack, einfach mal in die Höhle reingerotzt. Okay, das war's. Oh, da kommen die nächsten. Nein, 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 nicht abhauen. Und noch weiter. Einfach reingeholzt. Mein Holz. Da ist er, der will abhauen. Lass mich schießen. Jawohl, hab ihn. Ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts weiter. Wir müssen wieder da oben hingucken. Und da sitzen schon wieder die Nächsten dran. Nicht mit uns. Wumms, jawohl. Er macht hier eine Flugübung. So, und jetzt? Das kann's ja wohl nicht jetzt echt sein, hier, die Mission. Dass ich hier nur draufholze. Irgendwo schießt's doch hier. Da unten. Knall die doch ab. Ach, mit einer Hellfire. Ach so. Ich hab keine Hellfire. Wie geht denn das? So, bleib gleich liegen. Wie denn? Sag mir nicht, was ich machen soll. Sag mir, wie ich's machen soll. Ist das Hellfire? Das ist doch nicht Hellfire. Da passiert nichts. Was ist da unten? Reichweite. Außerhalb der Reichweite. Es ist aber auch... Oh, jetzt hier. Gesperrt. So. Der hat gesessen. Zerstöre Mörser-Teams noch zwei. Alles klar, ich hab's begriffen. Hallo. Gute Deckung. Alles klar. So, renn ruhig weg. Hilft dir nicht. Nein, nein, nein. Nicht in die Höhle. Da kann er natürlich echt... ...hinrennen. Okay, da drüben müssen wir noch hin. Hier. So. Viel Spaß beim Mörsern. Ich Mörser mal zurück. Und kawanz, Mann. Einsatzziel reicht. Wunderbar. Yeah. Alles klar. 2-8-0. Darf ich schießen? Okay. Feindliches Ziel. Shit, jetzt sind sie weg. Meine Fresse, hab ich einen. Ein Frosch im Hals heute. So, wir fliegen mal weiter. Das sind unsere Ziele, die schnappen wir uns, die Jungs. Die Bösen. Guckt mal da oben. Hydraulisch 100%. Funktioniert also alles. L1 zum Zoomen. Funktioniert auch. Es wär natürlich geil, wenn man hier selbst fliegen könnte. Oder? Das wär schon echt geil. Aber geht leider nicht. Ist alles streng geskriptet. Okay. Ich kann nicht. Warum darf ich nicht schießen? Da sind sie doch. Jawohl. Mach's alle. So, ihr Deppen. Jetzt kommen wir. Alter Falter. Er fliegt aber schön durch die Gegend. Alles klaro. Säuber das Dorf. Das kriegen wir hin. Da ist er. Du Depp. Alles klar. Wir drehen nach rechts ab und dann heißt's Feuer frei. Hammer rein, den Hammer. Jungs, was quatscht ihr hier so viel? Okay, ich hol's mal rein. Warm. Yeah. Bleib liegen. Und du da unten. Keinen kommen. Hab ihn. Glaube ich zumindest. Alter Falter, es dreht sich ja alles. Halt mal den Heli still. Na, na, na. Alles klar. RPG. Irgendwo ist ein RPG. Den müssen wir abknallen. Wo ist er denn? Oh Gott. Die Hütte ist weg. Warm. Alles klar. Mit R2 können wir hier mal die Hütten wegholzen. Bleib liegen. Warm. Also in die Hütten brauchen sie gar nicht reingehen. Was? Wo? Wo ist er? Ah, hier oben. Alter, der hat uns getroffen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Der hat uns aber... Uh, da oben. Guck mal rechts, hydraulisch. Aber wir heilen uns wieder. Die Brücke machen wir kaputt. Warm. Warm. Ey, das hat aber ordentlich Pfeffer unter der Haube hier. Die Rakete. Warte, das kriegen wir alles hin hier zu tief. Was soll das? Oh shit, Mann. Ja, er wurde getroffen hier, mein Kollege. Das Problem ist, ich weiß nicht von wem. Schmoch. Alles klar. Noch mal ein bisschen Abstand nehmen. Ist richtig. Und dann holt's mal von außen noch mal rein. Die Hütte, die geht nicht kaputt, oder was? Doch. Ah, ich seh kein Dach. Da ist er. Bleib stehen, Mann. Na, wo ist er? Alles klar. Was ist mit dem Auto da? Das funktioniert alles. Oh, da oben ist einer drauf. Und da geht er ab. So. Alles kaputt machen. Warum? Weil wir's können. Da spawnen die Gegner. Oh, 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 oh. Bleibt mal stehen, Kollegen. Alter. Alter. Jawohl. Einsatzziel erreicht. Die Festung des Bösen ist zerstört. Das ist mir auch noch kaputt. Yeah. Ich glaub. Das war erfolgreich. Alles klar. Flüchtige, wo sind sie denn? Ja, Rauchen ist immer übel. Mit einem Knall. Von Dannen. Was redet ihr? Die sind sich aber auch sehr sicher, dass hier kein Gegner mehr ist, oder? Es könnte ja auch nochmal irgendwie ein Hinterhalt kommen. Aber er qualmt und schwebt da so ein bisschen über der Festung noch. Alles okay. Er vertraut ihr allem. Alles klar. Ab in den Sonnenuntergang, wir zwei. Ab geht's. 1, 1, wechseln zu Tetz. Warten für die Kondition. Okay. Wechseln zu Tetz. Zu Tetz. Jetzt sind wir Tetz. Was auch immer Tetz ist. Okay, das ist ein Video. Ich kann nichts weitermachen. Oder? Nee. 06, ich habe ein Ziel. Mail grüßen. 1, 1, wieder halten. Das ist ein Merzabschluss. Wer hätte das gedacht? Roger. Melde mich mal Tetz ab. So, jetzt sind wir wieder dran. Zerstöre von Gunfighter 06 markierte Merzateams. Okay, das machen wir doch gleich. Und das sieht einfach schon geil aus, ne? Das ist schon eine geile Inszenierung hier. So, mal sehen, wie die sich gleich freuen, uns zu sehen. Da kommen wir. Und da gibt es nochmal einen drüber. Shit, einen habe ich übrig gelassen. Da waren meine Waffen nicht mehr bereit. Okay, markieren wir mal bitte. 12 Uhr, 12 Uhr. Okay. Hab ihn. Adieu. Schmoch. Der hat gesessen. Okay, RPG 12 Uhr. Ich hab die Rakete gesehen. Ich visiere an. Ich schieße ihn ab. Warte, ich gebe mal ein bisschen Sperrfeuer. Aber er fliegt genau hier in meiner Bahn. Warm. Hey, der schießt immer noch. Arsch. Okay, die Mörser. Wo sind denn die Mörser? Was hat der 800 Pfund? Hm, so ein bisschen Gehacktes dabei im Heli. Ist immer gut. Oh. Das war knapp, Kollege. So. Wo denn? Hier. Wollt es mal einfach mal rein. Okay. Hier, da sind sie bestimmt. Jawohl, irgendwas ging hoch. Ging nochmal was hoch. Ah, da haben sie sich erschreckt. Warm. Ui. Shit. Shit. Okay. Ordentlich bombardiert. Das sollte erstmal genügen. Aber das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Hier. Nimm das. So. Jetzt räuchern wir euch aus. Wow. Aber richtig ausgeräuchert. Hier oben sind sie noch. Warm. Also, ich möchte mal sagen, es ist schon sehr anspruchslos, diese Mission. Aber es ist schon geil. Es macht halt Spaß, ne? Warm. Es ist einfach gut inszeniert. Ich muss sagen, hohen Wiederspielwert hat es sicherlich nicht. Aber es sieht halt geil aus. Yeah. Im Uhrzeigersinn. Alles klar. Also, rechts rum, bitte. Richtung Westen gucken wir gerade. Hellfire unterwegs. So. Lass knacken. Schmauch. Also, diese Stellung ist definitiv hinüber. Bruder, ist noch einer. Okay. Ich glaube, noch eine Runde müssen wir nicht drehen, oder? 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 Hammer alle. Ich räuchere nochmal rauf. Und bewegt sich noch was. So. Nochmal in die Höhle reingerotzt. Und, Kollege, Hammer alle. Du hast gar nicht geschossen, oder? Schießt du auch mal? Ich finde das immer cool, wie ruhig er dann auf einmal über den gegnerischen Stellungen noch schwebt. Wirklich. Er ist sich absolut sicher, dass hier nichts mehr passiert. Sondern reingeholzt. Wir haben sie komplett ausgeräuchert. Im Land der Bösen. Hm. Vielleicht wird das der Titel dieses Videos. Oh, scheiße, Mann. Ich schieße zurück. Ich weiß zwar nicht, wer was, warum. Okay. Okay. Mädchen, ganz ruhig. Wir schaffen das. Ich hol's einfach rein. Ich schieße. Ich kann grad nicht schießen. Oh. Ah, hier. Hab ihn. So, die Karre ist auch kaputt. Da ist noch was, was man abschießen muss. Ja, ja. Ich seh sie. So, Hellfire ist unterwegs. So, hier unten sind auch noch welche. Bleibt liegen, ihr Deppen. Wo denn nur? Hier, oder was? Oh, ich denke... Alter, der lebt immer noch. Mann, ey. Jetzt geht endlich drauf. Ich treff sie nicht. Ich treff sie nicht, oder? Shit. Okay. Noch eine Runde, bitte. Ich hab noch nicht alle erwischt. Shit, ich treff sie nicht. Ah, jetzt geht's erst. Alles klar. Hellfire ist unterwegs. Räuchern wir sie aus. Gehen wir ihnen den Rest. Warm. Einsatz sie erreicht. Aber hier oben waren noch zwei, oder? Die hab ich doch nicht erwischt. Los, komm, drehen noch eine Runde, Baby. Und hier ist keiner weiter. Hier ist keiner weiter. Wir haben sie komplett ausgeräuchert. Es kommt auch eine beruhigende, siegessichere Musik. Ich vermute mal, wir haben es geschafft. Oder? Hier hinten waren noch zwei. Hier hinten drauf. Wir holen es nochmal rein. Nochmal ein bisschen aufs Auto drauf. Kacken hier, weil es geht. Okay. Wir haben es geschafft. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann man in solchen Missionen sterben? Ich glaub nicht. Ich glaub ehrlich gesagt nicht. Oh oh, das riecht nach Ärger. Jungs, macht die Augen auf. Puh. Kann man wohl sagen. Hi. Und wir sind wieder Deuce. Im Wolfpack. Alles klar. Geil. Ich find das schon geil, wie sich die Perspektiven hier immer wieder ändern. wie man halt immer wieder weinanders spielt und wie das alles fließend ineinander übergeht. Es ist schon cool gemacht. Aber ich muss jetzt hier zuhören. Okay, das sind unsere. Alles klar. 9, 0, 0 Meter. Da bin ich sicher. Ich seh gar nichts. Das ist das Problem. Wo denn? Hier. Ist das ein Ziel? Das ist ein sehr heller Stein. Ah, jage die Lage, dann fahre ich neutralisieren sie. Alles klar. Okay, ich hab sie. Mit sechs Knoten. Okay, das sind drei Ziele hier drüben. Das kriegen sie nicht mit, oder? Wenn der drauf geht. Jawoll, Headshot. Okay, kriegen sie doch mit. Bleiben aber netterweise auch stehen. Nein, 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 nein. Shit. Der muss stehen bleiben, der muss stehen bleiben, sonst wird's nix. Zack, alter Falter. Da möchte man nicht an seiner Stelle sein. Okay, und jetzt? Ah. Rechts neben dem Wasser. Hier ist ein Busch. The hills have ice. Okay, hier drüben irgendwo. Ja, ja, ja. Wo denn? Ja, ich weiß. Das ist mir schon klar. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Das ist... Hier ist er nicht. Schieß nochmal. Aber trifft mich nicht. Okay. Hab ihn. Adieu. Zack. Zack. Da sind alle vier. Gute Arbeit. Sehr schön. Kontrollpunkt erreicht. Ist da noch einer? Wird gespeichert? Ich denke, wir haben's. Bewegungen auf der linken Seite. Auf der linken Seite, okay. Ähm. Es ist wirklich so ein bisschen wie ein Suchbild. Finde den Fehler. Bewegung auf linken Seite. Wir gehen nochmal weiter links. Äh. Okay. Das war zu weit links. Hier. Ist. Keiner. Hier ist keiner. Ey, ich seh's nicht. Ich seh's halt einfach nicht. Kollege. Du hast doch hier das. Das allsehende Auge. Sag mir jetzt, wo die sind. Okay. Man muss nur. Okay, es war doch ganz, ganz links. Man muss nur ganz lange warten. Und dann zeigt's uns hier. Alter, das ist aber wirklich weit links. Okay. Okay. Zack. Zack. Shit, man. Den hab ich nicht erwischt. Aber er guckt jetzt. Und voll die Klöte weghauen. Autschieb, Autschieb. Von dem großen Felsbrocken. Okay, links von dem großen Felsbrocken. Vielen Dank. Von dem großen Felsbrocken. Shit. Sie müssen den keiner ausschalten. Er schießt auf uns die. Los, los. Ja, wo denn? Ich seh nichts. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn. Wo denn? Na los, die. Schießen Sie. Äh. Ich seh ich ihn schon? Ich seh ihn doch gar nicht. Wo? Hier. Zack. Jawohl, ich hab ihn. Okay. Wir haben alle eliminiert. Ich muss schon sagen, also die derzeitigen Missionen sind sehr entspruchslos, aber cool inszeniert. Cool inszeniert. Es geht los, die. Sie werfen die Granaten ins Rohr. Eliminieren. Wo? Wen? Was? Hä? Runter. Was? Höh! Wollen wir nicht mal wegrennen? Ah. Ah ja. Uh. Warte mal hier. Hallo. Fick dich. Ich weiß. Ich seh es. Und hätte ich diese komische Sicht auch eben schon gehabt. Mann ey. Jetzt geh endlich drauf. Wir sind auch unten. Oh. Ein Feuerchen. Der lebt ja immer noch. Fick dich, Mann. Ja. Was ist denn das für ein Stein? Stein der Weisheit. Hahaha. Oder? Oh, das ist ein Gegner. Das war kein Stein. Also gut, Jus. Ich glaube, der Kahn ist geräumt. Keine Bewegung mehr. Denk ich auch. Einsatzziel erreicht. Warte. Das ist die Kahnlinie. Wir sind gesäubert. Was sollen wir jetzt machen? Was hätten Sie denn gern, Dasi? Weiter diese Mitgalle wegräumen. Verstanden. Wir gehen ein Stück weiter den Kamm hinauf. Warte. Wir bleiben hier. Wenn Ihre Freunde auftauchen, begrüßen wir Sie angenessen. Klingt gut, Dasi. Halten Sie Ihre Köpfe unten und die Augen offen? Verstanden. Moment. Ich sehe Mündungsfeuer von ziemlich weit oben. Zwei Uhr. Die. Haben Sie das gesehen? Äh. Ja. Die. Soll ich schießen? Au. Alter Falter. Verteidiger ist versteckt gegen die irgendwas. Scheiße, gib mir Harmonie. Ich brauche keine Munition. Alles klar, ich brauche keine Munition. Shit. Mehrere Feinde auf 10 Uhr in den Felsen bleiben, damit Sie keine Siluetten sehen. Okay.